hey und herzlich willkommen hier zurück zu overwatching you. Genau, Overwatch. Ja, wir sind jetzt mal wieder am Wochenende angekommen, mal wieder Overwatch und wie ihr hier oben an diesem netten Dembochen seht, habe ich sogar Teilnahme für die Season 2 ein bisschen was bekommen, also so ein nettes Icon zum Beispiel, ein Spray und noch was. Gut, zumindest wollen wir nicht lange schnacken, einmal Training. Dazu gesagt, es ist schon mein zweiter Aufnahmeversuch, weil ich ein kleines Problem hatte und zwar der NetGraph war angestellt und ich musste erstmal rausfinden, wie ich den ausstelle. Jetzt stell mir nicht schon wieder den NetGraph an. Mein liebes Fräulein-Spielchen hier. Ah ne, ok. Ich fahre dafür, wenn wir ein bisschen weniger defensive. Ich glaube, dann gönnen wir uns heute mal... Ich glaube, heute gönnen wir uns Hansoma. Der NetGraph ist nebenbei, für die, die es wissen wollen, ist der NetGraph das. Das ist der NetGraph. Und ich wusste jetzt erst gar nicht, wo stelle ich denn den NetGraph aus. So. Wir sind Hansoma heute, beziehungsweise jetzt an dem Matchmaking. Und... Dementsprechend... Gameplay on! Genau, gameplay on! Dementsprechend... Seid gegrüßt... Seid gegrüßt... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Angreifer näher sich... Fuck! Fuck! Sie halten sind die Kraft aus! Drei... Ihm... Die Angst ist, auf dem gemeldet ist, nach meinen Kunst. Team wurde ausgelöscht. Schaut... Mit den Augen des Drachen... Äh... Jo... Schaut mit den Augen des Drachen... Schaut mit den Augen des Drachen... Und du Kupf... M- halleluja kommt er denn jetzt ja es war ein ablenkungsmanöver nette ding war ein ablenkungsmanöver na zuck nicht da habe ich die ulti ich habe doch gedrückt ein heilungsboost wir haben eine idee eine heilung habe ich hier irgendwo heilung da heilung ja das ist doch schön so schön Der Drache sieht euch. Schönes Ding. Erinnere dich an diesen einen Augenblick. Erinnere dich an diesen einen Augenblick. Ja, getroffen. Ich habe ihn trotzdem noch getroffen. So. Nee, hast du nicht. Lüge doch nicht. Zack, ein bisschen Snipern. Und GG. Das war schon mal die erste Runde. Ich werde bestimmt kein Highlight. Nee, war mir klar. Ich glaube, wir spielen gleich wieder Sombra. Ja, die ganzen Geschütztürme, die sie aufgestellt hat, war schon nett. Kriege ich dafür auch meine Punktelein. Oh, zwei Punkte kriegen wir sogar. Finde ich nett. Für acht Kills mit Streufeilen. Dann ein paar Punkte. Ich habe heute extra Training, weil für ein normales Spiel habe ich jetzt nicht wirklich Lust. Und ich glaube, ich spiele jetzt mal ein bisschen Sombra oder so. Mal schauen. Ah, sind ja da. Ich denke, also bin ich. Ja, Sombra ist ja auch eine der neueren. Ah, hier genau die 240 Punkte habe ich da bekommen. Ähm, ja. Gibt es hier eigentlich irgendwelche interessanten Skins, die ich mir holen könnte? Ach, naja. Nicht wirklich. Pup. Sekunde, ne? Fairness ist nangweilig. Oh, der... der gefällt mir. Der gefällt mir. Du bist nur ein Fehler in der Matentricks. Ah, ein Übungsgefecht. Ich habe nebenbei in den Einstellungen auch rausgefunden, man kann diese Übungsgefechte anscheinend auch ausschalten, dass man wirklich so lange sucht, bis man ein Spiel hat. Schnell mal vorlaufen. Zack, gehackt. Juuu. Nee. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ah, noch eine Sombra. Finde ich cool. Ich glaube... Das hecke ich auch schnell mal, zack, und hepp, schnell, 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 hier bin ich. Schnell weg, schnell, schnell, schnell weg, schnell weg, schnell weg, zack. Ich fühle mich wie der Rieser. Na. Ich habe den Rieser. Durchschreitet wie ihr es. Jempie. Danke. Hanamura. Schön. So, dann nehme ich gleich Sombra, egal was die sagen. Sombra, zack. Bam. Sombra. Einfach Sombra. Ja. Terminator. Der hier. Der Reaper. Dann Martert. Ist ein bisschen hell, um das zu sehen. Dreist. Und zah. Ah. Ich glaube, da steht Kira. Da... Kian. 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 Terminator. Dreistel. Xa. Matteo. Und... Zack. Zack. Menglipa. apparently seht. Das beginnend... Zack. 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 den kriegen 4 3 2 1 hacken los ich fühle mich wieder besser na komm mal herr ueber und drei kids zack schnell ich bin mal so feiner war hier nicht auch ein nö, anscheinlich flop zack zack ah, die haben auch eine Sombra bei sich na dann okay die haben auch eine Sombra im Team zack bis später zack 16 geht's zack komm her reaper komm reaper komm her ach, dann nicht defekt finde ich geil mit den Sombra im team wurde ausgeregt löscht ausgelegt schlapper 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 danke doof geht auf reaper nein zack guck guck oh gott sei dank und schnell doch ja voll schnell nochmal an die wand hm graffiti hängen so jetzt mal schlapper der reaper ist voll umgekippt kaum schicken kaum schießt das erste mal ist der reaper voll umgekippt jo so dann schauen wir gleich mal was wir da haben genau wow was wir da schönes haben oh ein golden zwei bronze lässt sich mal sagen ne also ich hoffe das hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch morgen wieder ein wenn denn wieder overwatch time ist also tschüss tschau euer Levas Kisan du da ja da du da Untertitelung des ZDF, 2020